Da kommt jemand. Ja, okay, gut. Da kommt jemand, da kommt jemand. Never. Doch, ohne Scheiß. Jo, meine Kartoffelfreunde. Shadow on Face Game ist am Start. Okay, das musste jetzt sein. Ja, der Typ hat sich schon seit Tagen wie ein Honigkuchenpferd. Oh mein Gott, ey, guck mal, er knockt. Knock, knock. Ja, ich will jetzt, ach komm, mach mal einfach auf. Oh, ich freu mich so, Alter. Ohne Scheiß. Weiter. So, wir sollten vielleicht mal hier, ich hab ja noch ganz viel Kohle. Wollen wir jetzt eigentlich umziehen? Genau, wir haben eine Idee gehabt, und zwar wollten wir umziehen vielleicht. Und zwar auf dem Baumhaus. Ich weiß noch nicht, ob das noch eine gute Idee ist. Ja, dazu müssen wir ja nicht unbedingt umziehen. Können wir auch hier direkt so weisch hoch. Na ja, hier jetzt ein Baumbastel. Ich hab von meinen Abonnenten auf jeden Fall ein paar Tipps bekommen, was wir an Waffen benutzen sollten. Mhm, ich hab's teilweise gelesen. Also wir brauchen wirklich Oakwood. Und die sagen, die P90 ist recht gut. Aber ich weiß nicht, auf welcher Box die P90 ist. Müssen wir nochmal gucken. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt mal froh, dass das mit Shader und Co. alles funktioniert. So, Moseln. Ne, Basuka, nein. Nein. Also in der Deutschen. Welche war es jetzt? Die P? Die Linke ist die Deutsche. Das ist die P90. Aber die ist, glaub, im... Die ist, ich glaub, ich... Ich weiß nicht, in welcher Kiste die ist. Ach ja, ich brauch... Ich muss die Liste nochmal aufrufen. Ach nee. In den zwei glaub nicht, weil ich hab jetzt grad geguckt. Bei beiden. Ich kenn die anderen grad nicht. Ja, da sind die nicht drin, aber wir brauchen allgemein erst mal unsere Waffen hier. Hier war die Box, ne? Ja. Da haben wir die MP40 haben wir da drin. Ja, eigentlich. Der Steinschwert kann ich da auch nochmal rausnehmen. Und wir haben nicht mal ein Magazin für die MP40, aber ich hab zweimal Schießpulver. Das heißt, ich könnte theoretisch mit Eisen und Schießpulver, könnte ich jetzt... Geh mal her. Da ist Gunpowder. Da, stell. Ja, hier, genau. Und dann mach ich mal zwei Magazine für die MP40, okay? Okay. Damit du eins hast und ich eins habe. Mhm. Naja, wir brauchen die Kisten eigentlich gar nicht verstecken, da wir ja eh nicht rausgehen im Moment. Oder nicht weit weg gehen. So, jetzt siehst du das. Jetzt haben wir zwei MP40. Die ist auch schon... Die ist schon aufgeladen. Okay. Ja. Das stimmt ja, schein der einen Folge. Ja, wir brauchen Oakwood. Die geladen. Wir brauchen eh nochmal Holz. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt ein bisschen in Oakwood-Farm gehen, ne? Aber wir brauchen auch wieder Essen, glaub ich. In Holz. So, hallo. Mein Internet fährt grad weg. Aber ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen Essen wieder, ne? Das sieht schon wieder ein bisschen knapp aus. Hm, ich hab noch drei Fleisch. Ich nicht, ich hab nur dieses Rotten-Flesh. Hab ich noch. Ja, toll. Das bringt dir ja nix. Ja, hier, warte. Dann geb ich dir. Hallo. Ups. Oh ja. Oh. Muss mir doch nicht alle drei geben. Doch, ich hab eigentlich voll. Ja, aber das geht relativ schnell wieder weg. Ja, stimmt. Nimm mal ne Axt mit. Ne Eisenachs. Hab ich, ja. Ja, ich mach mir noch eine. Mach das. Soll ich den Baum hier gleich farmen? Ähm, kannst du machen. Ah, dieses fucking Licht, alter. Ich hab mir ne Softbox gebastelt, übrigens, ne? Mhm, hab ich vorher noch mitbekommen. Ne, mich, ach. Mit ner Lampe und Papier. Ja, warum nicht? Willig geht auch. Solang es gut aussieht. Es sieht relativ gut aus. Ich bin relativ glücklich. Gut. Ja, ne. Oh, das Wasser sieht so episch aus. Hier sind zwei Creeper. Hier sind zwei Creeper. Hier sind zwei Creeper. Die holen wir uns. Ficken wir die. Nein, nein, nein. 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 Verdammt. Oh, scheiße. Äh. Ich bin so cool. Jetzt machen wir hier das Loch wieder zu. Ich hab bei deinen Kommentaren gelesen, in irgendwelchen Dungeons. Oh, hoppla. Kriegt man auch Schießpulver, ja. Mhm. Oh, wie sieht das geil aus, wie jetzt die Sonne aufgeht. Und der Mond unter. Ja, bei mir ist es einfach nur beschissen. Brauchen wir noch Ink-Sex? Ähm, das haben wir nur einmal gebraucht für die... Egal, ich will es nochmal. Okay. Wir brauchen Oakwood. Das hier sind ja alles nur Tannen oder so, ne? Oh, hier. Hallo, Zombie. Oh ja, wir dürfen ja nicht sterben, ne? Hm. Du musst aufpassen. Ding. Okay, mit der neuen Facecam, das sieht echt genial aus. Ich hab die jetzt aber nicht in 16 zu 9, sondern 4 zu 3 Format gemacht. Mhm. Weil 16 zu 9 nimmt zu viel Platz ein in der Aufnahme, weißt du? Mhm. Aber, ach ja, wir dürfen ja die Minimap anmachen, ne? Ich muss nur hier... Wir haben nur mit bestimmten Einstellungen. Ja, die hab ich grad alle wieder ausgemacht, weil ich mal ein bisschen rumprobiert hab. Ich mach uns mal ein Waypoint bei uns zu Hause, ne? Damit wir wenigstens das Zuhause finden. Hätten wir beim Spawn auch machen müssen, ne? Na gut, den siehst du ja aber von weiters weg auch. Von daher... Oh, der Shader sieht so geil aus. Komm, ich möchte einen Daumen nach oben für den Shader bitte haben. Dankeschön. Nein. Ähm, Homerino. Heißt der Waypoint nach Hause und der ist blau. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt dann auch seh. Nee. Aber auf C müsstest du das haben. Ich hab das auf P umgestellt. Aber standardmäßig ist das auf C. Der Waypoint. Am I right? Ja, ich kann ja einfach dir mal hinterherlaufen. Das passt ja schon. Ja, aber ich brauch Essen. Also wir brauchen unbedingt Fleisch jetzt. Und dann müssen wir unbedingt nochmal ne Höhle aussuchen, find ich. Wo bist du eigentlich? Ich seh deinen Namen. Ich komme. Hä? Hä? Da bin ich. Links. Ach, da. Hinter dir. Okay. Kannst du mir ein Stück flach geben? Ja, natürlich. Danke. Ich hab schon wieder bei der Hälfte. Das ist unglaublich. Krass. Ja, du rennst auch ziemlich viel. Ich chill immer. Ja, du bist ja eh so der Langsame. Ist das hier Oakwood? Nee, ist gut. Das hier ist alles Fichten. Ah, wir brauchen irgendwas mit. Wir brauchen halt Eichenhals. Das nehm ich trotzdem mit. Dann laufen wir mal ein Stück in die Richtung, ne? Wir hätten vielleicht die Waffe mitnehmen sollen, oder? Meinsch, falls jemand begegnen. Mhm. Joa. Joa. Egal, Yolo, Yolo. Ich hab übrigens meine Facecam, äh, meine Facecam, meine Mini-Webrund gemacht. Neh mal nicht das Sinnlose heute mit. Komm mit. Doch. Oh, ich hör'n Schwein. Ich hab'n Schwein gehört. Ja, dann töte das. Da ist es. Es ist auf dem Baum. Was? Was zum Teufel? Was geht mit den Schweinen? Die sind ja total mit. Schweine im Weltall, Bruder. Ja. So, ich hab drei Fleisch gesammelt. Ach, das ist doch alles durch. Das ist alles das Gleiche hier. Scheiße. Wir müssen, wir müssen ordentliches Holz finden, Bro, oder? Ja. Ja, und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Schlucht stürzen. Das wär' ziemlich blöd. Ja, die sieht man aber relativ gut auf der Mini-Map. Oh, da ist ganz viel Essen. Ja, 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 geil. Ja, du machst das. Ja, ich bin immer so, ich renne immer so viel. Ich bin immer so gierig, weißt du? Ja, schon. Da sind auch Meerschweinchen. Schon okay, da unten ist auch ein Schaf. Haben wir hier was abgebaut? Da, wo die Lava ist? Nee, ne? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Weil, guck mal, bei der Lava, das sieht's aus, als ob da irgendwas abgebrannt oder ein bisschen ist oder ein bisschen Holz fehlt. Also, Holz auf jeden Fall. Da links von dir, bei der Lava. Mhm. Wie will. Wurde es mal vor uns ab. Alter, das ist... Oder ist das abgebrannt wegen der... Ich glaub, das ist abgebrannt wegen der Dingens, wegen der Lava. Aber ich dachte grad, wer lässt Holz so zurück. Das ist doch total bescheuert. Vor allem da so ein... Oh, da ist eine Hülle. ...mittleren Dinger weg. Hier oben bin ich, ne? Ja, ja. Das sieht echt genial aus mit dem Shader. Ich bin froh, dass das funktioniert hat. Das ist schön. Ich will mir auch eine neue Grafik halt erholen, aber... Da wird das nichts drin, da ist nichts drin. Na, da oben ist Kohle. Ja, die bräuchte ich vielleicht, weil ich hab... Ähm, Fackeln vergessen. Oh man, 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 man. Ey, wir müssen unbedingt... ...unbedingt ein bisschen aufpassen. Diesmal hab ich's sogar mit einer Schaufel gemacht, den Dreck abgebaut. Wo bist du denn? Wo ist denn hier die? Ach, da ist Kohle. Ich nehm mir die mal, ne? Wegen der... Wegen dem Dingens, wegen den Fackeln. Weil's wir doch noch eine Hohle finden. Ja, 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 ja. Du musst übrigens noch, äh, Betten machen, gell? Naja, Betten bringen uns nichts, wenn alle nicht schlafen. Ich will trotzdem ein Bett. Ja, okay, warte mal. Kriegst du ein Bett? Nee, ohne Spaß. Nee, war in der einen Vollgasche extra Wolle, deswegen gesammelt. Ja, aber ich bin... Ich fühl mich jetzt so schlecht wegen dem ganzen Fleisch. Aber ich glaube, ich baue nur ein bisschen Holz ab und... Wir braten das Fleisch ein bisschen. Also, ist das hier normales... Das ist normales Holz, ne? Ja, ich hab Oakwood gefunden. Nimm auch die Saplings mit. Dann können wir die Bäume bei uns anpflanzen. Ich hab auch Oakwood. Ja gut, mach die Blätter kaputt und dann kommen da die Samen raus und dann... Ja, ja, schon, schon. Ich weiß. Ja, bei Dingen ist ja, äh... Bei Blättern ist ja egal, mit was ich's abbaue, oder? Ja, das ist alles... Also, du kannst es mit Schere abbauen, dann gehen die Blätter nicht kaputt, aber das bringt dir jetzt in dem Fall nichts. Wir brauchen ja nur die Samen. Die Setzlinge. Ah, er hat Samen gesagt. Ja, gut. Aber das sieht relativ gut aus. Das Licht ist auch viel weicher jetzt mit dem... Mit dem Ding. Und ich hab... Wow, ich hab einen ganzen Sapling gekriegt. Nee, da unten ist noch alle. Ich hab zwei, aber das ist einfach... Hä, Fichte? Warte. Ah, nee, Eich... Okay, ich hab einen Eichensetzling und zwei Fichten. Ja, okay, weil hier ist noch mehr Holz. Hier hast du ganz viel liegen lassen. Ich weiß, ich hab mir nur den Setzling grad geholt, der ein bisschen weiter drüben lag. Oh mein Gott. Das ist gut, dass wir die jetzt gefunden haben. Mhm. Zack. 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 Ich baue mich mal hoch und bastel den Rest da oben ab. Du kannst dich hier um die Blätter kümmern. So, dann können wir jetzt nämlich auch noch mehr Waffen machen. Weil dann haben wir das Holz dafür. Ja, zwei Eichensetzlinge. Okay. So, jetzt dürfen wir nur nicht verrecken, mein Freund, mein Freund. Au! Digga! Was machst du denn? Springen wir doch nicht in den Weg. Ich glaube, ich muss mal eine Sicht... Oh, hier ist... Guck mal hier, der Baum ist komplett in Schnee hier. Den sieht man erstmal gar nicht. Oh. So, das finde ich richtig. So, ich sammle jetzt ein paar Schneebälle und dann... Da werden die Gegner mit Schneebellen getötet, mein Freund. Ich mach mal kurz die Sichtweite auf 16. Mach das. Vielleicht seh ich auf lange Distanz ein bisschen mehr Gegner. Ich geh mal hier hoch, ne? Oh, hier ist auch Kohle. So, erstmal weich sparen. Mal gucken. Also, ich seh auch keine Gegner weit und breit, ne? Also, ich weiß, wo unser Haus ist. Ich kann unser Haus sehen, aber Gegner seh ich gar nicht. Okay, ich würd mal sagen, lassen wir dann zurückgehen, oder? Dann braten wir das Essen. Ja. Machen die neuesten Waffen und ich würd sagen, dann gehen wir mal auf Suchen, oder? Ein paar Zauberer. Ich glaub's ja nicht. Scheiße, ja, mit den Diamanten. Mhm. Mhm. Tja, das wird was. Was sag ich dir? Ja, es wird auch in die Hülle. Also, es hat mir einer in die Kommentare geschrieben, dass es pro Chunk irgendwie ein Satz, ein, ich lauf schon mal vor, ne? Wie er einen Satz Diamanten gibt. Ach, pass auf, hier ist die Schlucht. So ein bisschen, hier so ein Vorkommen an Diamanten gibt. Und, ja, und ein Chunk war, glaub ich, irgendwie 16 Blöcke oder so, ne? Ja, ich glaub. Guck mal, hier sind wir rausgekommen. Ja, bei mir hat irgendeiner geschrieben, die hast du noch auf der Höhe 16 bis 20 oder so. Genau, genau. Und dann meinte er, wenn wir welche in einem Chunk finden, dann können wir weiterlaufen, weil es gibt nur welche, äh, es gibt nur ein Diamantenvorkommen in einem Chunk. Okay. Das ist auch relativ praktisch, dann weiß man halt, wenn man weiterlaufen kann und wenn man weiter suchen kann und so, ne? Mhm. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwie 8 Blöcke oder 16 waren, ein Chunk. Bin ich mir gar nicht sicher, aber das ist ja auch nicht so dramatisch. Oh, ich soll mal was essen. Jetzt kann ich wieder sprinten. Ja, nimm mal die ganzen Setzlänge hier raus. Oh, hier auch mal ab kurz. Ach nee, das bringt ja jetzt gar nichts, sind ja die Falschen. Ja, aber wir können die mit Knochenmehl schneller wachsen lassen, ne? Das weißt du? Ne, das wusste ich noch nicht. So, mal gucken. Es war keiner hier. So, dann mach ich jetzt mal, was brauch ich jetzt nochmal? Ich hau erstmal die ganzen Sachen hier in den Ofen. So wenig Silber? Ich bin der Meinung, da wäre mehr drin gewesen. 14 Silber haben... Hast du das Silber da rausgenommen? Ich bin der Meinung, ich hab da wie 40 Eisen oder so reingepackt. Nö. Okay. Ich mach uns mal beide Schuhe. In der anderen Kiste ist auch nix. Ach, da haben wir ja sogar ein Bett. Und einen Helm. So, ich hab jetzt einmal Schuhe. Willst du den Helm oder soll ich den nehmen? Ist schon egal. Okay. Dann bin ich mal egoistisch. Fleisch und Essen. Also Essen ist auch drin. Okay. Ja gut, das Wichten, das bringt jetzt gar nichts. So, was brauch ich jetzt für die Wasser? Ich brauch Eisen. Ah, ich weiße, für die MP. Brauch ich 20 Eisen? Ne, 10 Eisen. Für die MP 40. Und für die MP. Ich mach uns jetzt nochmal eine Kiste. Oh, vielleicht hätte ich das Eisen gerade doch nicht verbadern sollen. Scheiße. Also, wir haben 4 Eisen zur Zeit. Mensch. Okay, gut. Also. 40 Eisen brauchen wir. Äh, 20. 10. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, 10 Eisen. Wolle brauche ich nicht. Obwohl, ich lass die Kiste hier mal offen, ne? Oh, ich meinte, ich lass die Kiste hier mal offen, so. Ja, mach doch. Okay. Oh, meinst du, Tür zu, Digge. Also, wir haben, wir brauchen Eisen. Wir müssen auf jeden Fall farmen gehen. Ich mach da nochmal eine Eisenspitzhacke. Dann würde ich sagen, suchen wir nochmal eine Höhle, ne? Ja, dann packe ich meine Stein mal weg, oder? Oder, ne, kann ich auch mitnehmen. Ist ja egal, eigentlich. Ja, aber ich verstecke diese ganzen Sachen, die wir hier, die wichtig sind, trotzdem unten. Obwohl, die Waffe nehme ich hier schon mal mit, die MP40, oder? Mit einem Magazin wird ja reichen. Jo, mach mal, weil nachher treffen wir noch auf jemanden. Und dann, äh, jetzt würde ich hier mal kurz Waypoint-Name. Wo gebe ich? Ich will den gerne eingeben. Einfach eintippen. Home. Ja, him. Dann schreiben, Digge. So, ich hab sechs, ähm, sechs, ähm, hier, Schweineflasche für dich. Okay. Ich habe keine Kohle, vielleicht sollte ich Kohle mitnehmen. 16 reicht, den Rest finden wir unten. Holz habe ich, ähm, 13. Das Oakwood darf nicht wegkommen. Das andere verarbeite ich hier nochmal. Zack, ein bisschen Cobblestone, man weiß ja nie. 1, 2, 3, 4, zack. Huch, ich hab einen Button, ich hab einen Knopf gemacht, weil es so einen Knopf braucht. Das ist an der Kiste, ne? Da kommt jemand. Ja, okay, gut. Da kommt jemand, da kommt jemand. Ne, war. Doch, ohne Scheiß. Ja, aber die Folge ist zu Ende. Da wird keiner kommen. Okay, das wird eine nächste, das wird eine spannende Folge. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn's... Da ist einer, ich hab ihn gesehen, er hat sich grad ausgeloggt. Siehst du? Gut, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.